Natürlich haben wir einen Bildungsauftrag, Poshy. Ja, aber ich lasse lieber Mails von Leuten, die das beschweren. Nee, nee, nee. Valomat. Wir zeigen Ihnen den Valomat auf unserer Homepage rsasachsen.de. Das ist die Homepage. Hier oben sehen Sie da das zweite Kästchen. Da klickt man hier auf Weiter und dann öffnet sich mit ein bisschen Glück der Valomat. Schauen Sie mal. Haben wir extra für Sie gemacht. Die kleine Vorbereitung auf die Landtagswahl 2014 ist ja bald soweit. Am 31. August. Valomat kennen Sie vielleicht. Sie können dort ein paar Fragen beantworten, die auch die Parteien bekommen haben. Ich mache es mal ein bisschen größer. Im Freistaat soll weiterhin Braunkohle angebaut werden. Abgebaut. Die gemeinsame Grundschulzeit soll über die vierte Klasse hinaus ausgeweitet werden. Nee, ging im Osten doch auch so, oder? Vierte Klasse. Ja, ist ja jetzt auch noch so. Aber wir jetzt hier nicht die 38 Fragen durchgeben. Aber warum denn nicht? Ja, weil es so lange dauert. Das können Sie ja selber machen. Mehr Videoüberwachung im öffentlichen Raum. Jawohl! Nein. Noch mehr, natürlich. Okay, rsasachsen.de, Valomat checken. Und natürlich zur Landtagswahl gehen am 31. August. Oder Briefwahlunterlagen beantragen und vorher schon abschicken. Ich finde die Gentechnik, da sollte man nochmal drüber reden. Tschüss.